Vom Wunderkind zur Powerfrau Lara St. John gilt in der klassischen Musik als ein Phänomen. Die 48-jährige Kanadierin stand schon im Vorschulalter auf der Bühne, gewann Preise und wurde bereits als Kind entdeckt und dann in den 80er Jahren am Curtis Institute in Philadelphia aufgenommen, einem der renommiertesten Konservatorien der USA. Heute betreibt die Violinistin eine eigene Plattenfirma und tritt weltweit auf. Eine Karriere wie aus dem Bilderbuch, könnte man meinen. Doch seit diesem Sommer ist bekannt, diese Karriere wäre beinahe zerstört worden, bevor sie eigentlich begann. Denn als Teenager wurde sie von ihrem Lehrer am Curtis Institute sexuell belästigt, vergewaltigt und zum Schweigen erpresst, so Lara St. John. Ihr Lehrer Jascha Brodsky, so der Vorwurf, habe mit Konsequenzen für sie und ihren Bruder gedroht, der ebenfalls am Curtis Institute studierte, sagt Lara St. John. Es habe sehr lange gedauert, bis sie sich getraut habe, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ein Grund? Ein verändertes gesellschaftliches Klima. Sexuelle Belästigung sei heute kein Kavaliersdelikt mehr, das einfach totgeschwiegen werde. Es hatte zum Teil mit der MeToo-Bewegung zu tun, die erheblich an Bedeutung gewonnen hatte und vor allem in Nordamerika etwas bewegt hat. Vor allem aber hatte ich einen Punkt erreicht, an dem ich überzeugt war, du schaffst das. Selbst wenn ich nie wieder auch nur eine Note spielen würde, müsste ich nicht verhungern. Zuvor war es vor allem darum gegangen, über die Runden zu kommen. Inzwischen bin ich abgesichert. Dazu kommt, das Klima hat sich verändert. Wäre ich früher an die Öffentlichkeit gegangen, selbst noch vor fünf Jahren, hätten die Leute nicht in dem Ausmaß auf mich gehört, wie sie es heute tun. Der Paukenschlag kam vor wenigen Monaten. Die Zeitung Philadelphia Inquirer hatte monatelang intensiv recherchiert, mit den Verantwortlichen des Curtis Institute gesprochen, mit Anwälten und anderen Opfern, mit Zeugen. Der beschuldigte Lehrer konnte sich nicht mehr äußern, er ist inzwischen verstorben. Doch es wurde deutlich, Lara St. John war nicht das einzige Opfer. Die Verantwortlichen wollten offenbar gar nicht so genau wissen, was Lehrer hinter verschlossenen Türen mit ihren jungen Schülerinnen anstellen, welcher psychologische Druck ausgeübt wurde. Auch für Lara St. John war es ein Kraftakt, sich zu offenbaren. In einer Szene, in der eigentlich jeder jeden kennt, in der Netzwerke über Karrieren entscheiden. Natürlich, es ist eine kleine Gemeinde, wenn man so will. Und wenn man mit so einem Thema an die Öffentlichkeit geht, dann weiß jeder Bescheid. Ich musste auch diese Angst überwinden, diese Scham. Und es war ein hartes Jahr, ein harter Sommer. Aber ich bin überzeugt, am Ende wird es das Ganze wert gewesen sein. Nicht nur für mich, sondern für viele Leute. Vor allem hofft Lara St. John, dass sie andere junge Frauen und Mädchen ermutigt, nicht zu schweigen, nicht zu Opfern zu werden. Inzwischen haben fast alle US-Konservatorien sich dazu bekannt, bei Verdachtsfällen nicht mehr wegzuschauen. Es müsse sich aber noch mehr ändern, sagt St. John. Man müsse an den Machtstrukturen in der klassischen Musik ansetzen. Dort entscheiden meistens Männer über Karrieren und die berufliche Existenz von Nachwuchskünstlerinnen. Es gäbe bis heute Kumpelnetzwerke und eine Mauer des Schweigens, die Missbrauch begünstige. Ich denke, das ist ein Teil des Problems und der Grund, warum Opfer anonym bleiben wollen. Schauen Sie sich die Vorwürfe gegen Placido Domingo an. Die Vorwürfe kommen von 20 Frauen und nur zwei von ihnen sind unter ihrem Namen an die Öffentlichkeit gegangen. Und diese beiden Frauen sind in Rente. Sie haben also nichts mehr zu verlieren. Ich will erreichen, dass alle 20 sich offenbaren können, ohne Angst vor Repressionen. Soweit sind wir aber noch nicht. Ich hoffe aber, dass ich der kleine Schneeball bin, der eine Lawine startet. Besonders enttäuscht ist Lara St. John von ihrer ehemaligen Schule. Das Curtis Institute habe zwar inzwischen Anwälte beauftragt, ihrem Fall nachzugehen, doch dabei kam wenig heraus. Für St. John keine Überraschung. Sie habe ja selbst die entsprechenden Erfahrungen gemacht, als sie als Teenager um Hilfe suchte. Die Reaktion des Curtis Institute war damals 1986. Sie haben mich ausgelacht. Der damalige Dekan fragte mich, wem man wohl glauben würde. Einem kleinen Mädchen oder einem langjährigen, respektierten Dozenten. Als ich mich zehn Jahre später wieder meldete, sagte man mir, es gebe doch keinen Grund, einen großen Aufstand zu machen. Doch als der ehemalige Dekan in einem Blog schrieb und sich zu einer Art Schutzfigur für Kinder stilisierte, da platzte mir der Kragen. Ich schrieb einen neunseitigen Brief an die Schule. Darin stand in allen Details, was mir angetan wurde. Und die Schule, sie tat nichts. Inzwischen allerdings steht das Curtis Institute in den USA massiv unter Druck. Zahlreiche weitere Opfer haben sich gemeldet. Lara St. John arbeitet auch an einem Film über ihre Geschichte. Sie hat inzwischen zahlreiche Zuschriften erhalten von anderen missbrauchten Musikerinnen. Erschütternde Zeilen sind es, in denen von Selbstmordgedanken die Rede ist, von Selbstvorwürfen und zertretenen Träumen. Einige der jungen Frauen wurde die Musik für immer verleidet. Musik 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 Vielen Dank.